Und da haben wir auch schon die Jane Kassel, richtig? Die Stadt ist ja gar nicht so weit entfernt, aber die Stadt interessiert heute eigentlich eher weniger. Was interessiert heute? Dass sie gewonnen hat. Dass sie gewonnen hat bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft 2019 hier in Bochum. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle erstmal. Geiles Ding auf jeden Fall. Wellnessklasse mittlerweile, denke ich mal, einen ganz guten Standpunkt in der Wettkampsszene gefunden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist jetzt langsam, kommt es an und wird besser. Und auch international, finde ich, gefällt mir das sehr gut, ja. Und fühlst du dich mittlerweile auch wohl in der Klasse oder rätselst du noch? Nee, ich fühle mich mittlerweile sehr wohl und ich freue mich auf den Aufbau, dass ich mich verbessern kann. Und vor allem meine Beine verbessern kann, dass ich doch zufriedener auf der Bühne sein kann. Sehr entschlossen. Auf jeden Fall stehen die Ziele und dann würde ich sagen, wünsche ich dir natürlich heute noch einen wunderschönen Aufenthalt hier in Bochum. Und dann sehen wir uns nachher nochmal beim Athletenbuffet. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Ciao. Ciao. Und der Sieg ist Andi. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.